Wacht. Text. Ja, wieder Siri. Hey, tschau. Rather special. Was ist die Kotz auf dich? Nein, man muss es nicht übertreiben. Dann kann man es nicht mehr ernst nehmen. Dann ist es nicht mehr richtig. Aber so ab und zu. Hey, super gewesen. Wenn ich seine Kappe habe. Wow. Wow. Ja, ist gut. Danke. Ich werde nach dem Nightbutton das Edition ausschliessen. Give away. Es regnet in der Mitte. Es mag nicht entwickeln. Hey. Also. Für das, dass es ein kleises Entwicklerstudio ist, darf das ruhig so klein. So, so. Unangenehm. Unangenehm. Nein, ich wollte ein Pälerchen haben. Völlig okay. Hier rein regnet es nicht. Ich weiss gar nicht, was du hast. Vivi. Ich kann doch eigentlich nicht mehr streicheln. Ich habe nicht zu viel gestrichelt. Würstchen. Ich bin ziemlich stolz auf dieser Struktur. Es macht mich sehr groß. Und höher und höher gehen wir. Wollen Sie sich, dass ihr alle gegrosset sind? Grosse Junge. Grosse Junge. Du hältst dich. Genau. Du hältst dich. Du hältst dich. Du hältst dich. Du hältst dich. Jetzt ist er auch ein grosser Bub. Besser ich. Jetzt ist er. Oh ja. Ein Teheliskop. Wollen wir da durchschauen? Nein, geht nicht. Hey Katze! Wir gehen jetzt erstmal alles entdecken. Okay, das geht nicht. Machen wir den schnellen Absteig. Wo war der erste? Der da, hä? Viel Fötterchen können wir machen, nice. Und da müssen wir auch wieder etwas sammeln. Mal schauen, was es das mal ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich jemand rausfinden. Wenn ich bis zu seinem nächsten Besuch nicht herausfinde, was es mit der Lila Wand auf sich hat, muss ich ihm erklären, dass sie ungewollt ist. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn... Es ist kein Fehler in mir, aber ich die Lila Wand konzentriert, was bedeutet, dass ihr ungewöhnliches Verhalten auf eine nicht ausgewogene Gleichung zurückzuführen ist. Ein Effekt hat stets eine Ursache, egal wie unerwartet. Hier ist lediglich eine Zahl fehl am Platz. Ich kann sie finden und das korrigieren. Do it. Was? Wir wollen Mars finden. Ich habe ein Sammelobjekt. Wahrscheinlich Planeten. Was soll ich zocken? Mir ist langweilig. Was? Spiele doch wie auf einer Silizio. Schnull! Hey! Hi! Golf. Snowrunner müsste eigentlich endlich mal wieder spielen. Ist er denn ein Planet? Vielleicht ja. No. Stimmt. Snowrunner könnte man eigentlich... Hat mal irgendjemand Bock auf das ein paar Sessions? Snowrunner? Weil dann könnte man eigentlich mal weitermachen. Golf. Ah, Friends with Golf. Muss wieder mal so ein Spieljahrabend machen. Er hat schon eweige Können mitgemacht. Wahrscheinlich ist das Telefon nicht. Ja, hier. Okay, gut. Dann muss ich mir endlich mal vormerken, Vip. Wie lange brauche ich? Zwei. Ich kann mich echt der Lastwagen gefährden. Du bist ja auch weg. Wie mache ich das eigentlich so kompliziert? Okay. Spricht die Batterie? Nein. Geht das wohl nicht, oder? Snowrunner macht eine Freude, aber nicht alleine. Ja, das ist es tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe es mal angefangen. Ich glaube, ich habe sogar mal im Koop angefangen. Könnte sein. Ja. Wir haben nie weiter gespielt. Sie werden merken, ich habe fast noch kein Spiel auf Steam. Ich habe es tatsächlich... Habe ich auf Steam? Ja, ich muss schauen, ob ich es auf Steam habe. Ich glaube, ich habe es... Es hat es mal gratis gegeben. Im Ding Store. Ich bin... Alte Siri, du hast heute wieder irgendein Ding gefessen. Haben wir zwei mal gezogen? Ich dachte immer, es sei das live gewesen. Aber es kann sein, dass wir es gespielt haben. Ja, genau. Epic. Genau. Das ist nicht das Epic First, das war ein Jahr. Nein, ich glaube nicht. Ich weiss jetzt nicht. Der Bienensimulator. Ja, Troy, der ist wirklich... Also, das habe ich das letzte Mal bei jemandem gesehen. Ich habe gedacht, es gibt mir schier ein. Der Bienensimulator. What the fuck? Ich habe einen Klon gegessen. Ja. Ich glaube dir sofort. Das wäre mal ein krasses... ...Jesu. Jesus. So, alles mal in neuer Glasse und so. Macht das Decor. Noch mal vielen lieben Dank für den Raid, gell? I have to thank you. Ich muss irgendwie da reinkommen. Ohne... ...Film. Ohne Foto. Ohne Foto. Ohne Foto. Hm. I wonder how we're gonna reach that teleporter. Mit dem Würfel da hinten komme ich sicher mal dort rauf. Ich weiss ja nicht mehr, was du wieder für Quatsch machst. Wir gehen aber raus. Ist nicht zu warm. Ohne Foto. Ohne Foto. Ohne Foto. Ohne Foto. Ist das das gewesen? Aha. Es geht gar nicht überall. Powerdise genug Weile! Wäre ich die noch gewesen? Ich glaube das wo... Letztes Wochenende waren wir noch Samy Treffen im Eis wieder. Ich denke hier gibt's viele Schweren. Ich weiß es nicht viele Schweren! Haben Sie die Schweren hin? Die Schweren werden Pferde Glücke weg. Manuel, ich hoffe zu erzählen, dasselbe. Hoppla! Ja, wie komme ich denn durch? Ah, okay, logisch. Ja, natürlich. Nein, ich glaube, es hat tatsächlich nichts mit dem Grünfilter zu tun. Es sind einfach die Level, die Mauern lassen sich nicht blabetteln. Die Böse. Die Böse. Ah, die Böse. Sie muss ihn wegnehmen. Find ihn, und lass uns dich wegnehmen. Der Wetter-Distrupter. Mirren's Leben? Ich verstehe. Mirren, und die anderen, haben viele Potenziales entwickelt für deine heutige Werteilung. Ich bin sicher, dass einer sehr gut ist. Ja, ich bin sicher. Oh, shit! Ich glaube, es ist eh nicht der Weg, wo ich hin muss. Den Effekt später nochmal ansehen. Nice Aussicht. Ich halte einfach kein Foto, ich habe keinen Film, nichts. Warte mal. Warte mal. Okay, wir haben einen Weg. Und wo müssen wir es zuerst brauchen? Dann geht es zum Teleporter. Ich glaube aber, das reicht nicht. Aber dann geht es auch zum nächsten Film. Ja, habe ich super gemacht. Noch besser. Ja, lässig. Okay, warte mal. Das ist von der Seite. Dann müssen wir es auch von der Seite platzieren. Ja. Das ist Sinn. Ja. Perfekt fit, hat er gesagt. Eine elegante Lösung, hat er gemeint. Es ist so geil gemacht. Es ist so simpel mit dem Boden, dass wenn du dich bewegt, dass wenn du dich bewegt, verändert er sich. Aber der Effekt ist so nice. Und sogar die Wände. Es ist einfach geil. Es ist einfach richtig cool. So. Jetzt tun wir es aber mal. Ich teste mal deine Theorie, Shane. Jetzt tun wir einfach mal Graustufen. Ob das wirklich einen Unterschied macht? All this work. All this work. I see now that it's only part of the solution. What we need is a grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the Rise project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I have a brilliant idea in this diagram. I actually have an ID. I do not know. I do not know what you do, Oh shit. Ha ha ha. Good. Moment, ich schaue noch eine. Das Kompliment von der Katze, gar nichts. Das finde ich schade. Das hast du gut gemacht. Ich habe gesehen von der Katze. Ich habe die Daten. Nachdem das fertig ist, wir lassen das Werkstatt und beginnen wieder. Beep. 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 von Moran, oder? Oh, das war's! Moment mal, die können wir ja nicht zu viel fesseln. Ok, wir haben ein Ding, wie hier. Ah, Idee. Oh, jetzt haben wir wieder so eine, wo wir die Wände mitfotteln können. Ok, ok. Ja, nein, nicht einmal das kann man fotteln. Ah fuck, stimmt. Ja, ey, das kommt mir halt gar nicht in den Sinn. Ja. Problem gelöst. Dass die Wand ja eigentlich durchsichtig ist. Ha 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 ha. True freedom from... Oh. I've been pondering about your search. I'm wondering... This... Weather disruptor? I know of it. I need one. Yeah, absolutely. Tell me, is this your solution to heal the world? Safe to say the party was a success. Alouin was right. As much as I hate to acknowledge his genius. I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile these solutions submissions? I want to have a laugh going for them again later. Pluto! Ha 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 The phone calls... They're lovely. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Was hat man gut? Da ist ein Snack. Ähm. Was hat man gut? Um. 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 Hey, es ist so geil. Es ist so geil. Unglauchert. So, das Level haben wir auch geschafft. Wo oben. Entschuldigung. Das Fenster aufmacht, das ich habe. Wo ist. Wo sind jetzt die. Planeten. Das ist ein Coop. Ähm. Ich glaube nicht. Dafür kriege ich Singleplayer. Hier. Ja. Ganzes. Simples Singleplayer. Ähm. Game. Ja. Aber wir können hier mal in das. Optional Level. Venus gefunden. Ehm. 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 Da bin ich wieder mit ansehe, dann wünsche ich dir einen guten Tommy, was gibt's? So, braucht jemand eine Batterie? Oder so 3-4. Couscous-Sanard mit Gemüse drin. Ich habe das heute ganz simpel gehalten und habe mir einen Toast gemacht. Ganz fein gewesen. Bony-Ananas. So. So. Es erscheint so von wegen überladen noch mehr. Neuer Kamerafilter. Das sind die Gemälde. Dann gehen wir gleich mal schauen. Nehmen wir doch. Ah, da sind sie. Eins, zwei, drei haben wir. Neuer Kamerafilter. Es sind ja noch ein paar Level. So. Also habe ich gerade keine Lust. So. 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 こんな. Ich habe die Toast durch den Traktor gesagt. You'll be able to give it a listen? Connage! Hi Connage, vielen Dank für den Enderade. Grüezi wohl. Und auf Toast. Ja, Toast. Ja... Eigentlich nicht. Aber das kann ich noch eher vertreten. Drei Stunden. Wie viel habe ich? Ich weiss gar nicht. Drei Stunden. Ich muss aber tatsächlich sagen, so eins, zwei, drei, vier, drei Mal. Da musste ich auch Hilfe aus dem Chat haben. Oder... Der Chat hat mir geholfen. Schon wäre ich wahrscheinlich noch eine Weile nicht drauf gekommen. Hey Connage, ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Danke nochmal. Jeder weiss doch, dass auf eine Pizza keine Ananas gehört. Genau. Ich auch so. Jetzt so anders aus irgendwie. Okay. Okay. Ein peinlicher Fehler meinerseits hat mich einfach fertig gemacht. Okay. Was denn? Darf eine Pizza-Kiwis gehören? Oh doch, ey. Wärst du nicht mod, hätte ich dich jetzt direkt Time-outen für 10 Minuten. Kann es sein? Okay. Ich habe den Radio runtergerührt und hätte ihn nicht runtergerühren sollen. Ich habe den Rum. Ich sehe ihn. Uxalf Delicious 2 habe ich am Ende gespielt und bei gedämpften Muscheln habe ich die Muscheln begessen. Also, basically, eine Suppe hat er bekommen. Okay. Ich meine, manche mögen Suppen. Andere nicht? Super, auf alle ist ja super. Ich habe einen Riesenradioball. Ich habe einen Riesenradioball. Habe ich einen Riesenradioball? Ich habe einen Riesenradioball. Ich habe einen Riesenradioball. Noch halbwegs dann, wenn man den Teckler auf den Topf legt. Das ist absolut gar nicht so okay. Stell ich mich jetzt einfach dumm an? Oder... Ups... Da ist kein Pokémon. Ich bin nicht so stupig manchmal. Dass man eigentlich gar nichts serviert. Ja, das hat tatsächlich geklappt. Oh, der Wahnsinn wie ein Topfdeckel. Was ist gewünschtes? X in Reichweite, X ausser Reichweite. Okay, wir brauchen wieder Radios. Okay, da ist nichts. Nein, auch nicht. Nein! Nein! Ich bin nicht so dumm. Aber ich muss das nicht einfach schützt. Was ist das? Ich bin einfach so dumm. Ich bin echt so dumm. Ich bin echt nicht so dumm. Ich bin echt dumm. Das ist einfach dumm. Ich bin echt dumm. Ich bin echt dumm. Oh, ich quitte. Everything has been so bizarre. Oh, okay. Oh, we still have some way to go. Let's hear it. No. Oh. 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 Relay. Schall und Dampf, Schall und Dampf, Schall und Dampf. Okay. 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 Ich muss zuerst das Gebiet noch ein bisschen absuchen, ob wir da irgendwie so einen Planeten noch irgendwo mal liegen haben. Nein. And then, let's go. Okay. Now, this is a good example. Ein Seitengang, inwiefern meinst du einen? Oh, shit. Ah! Ich habe dort keinen gesehen, nichts. Gehen wir da nicht drinnen? Nein. Zurück kommen wir nicht, das ist ein bisschen seich. Warte, warte mal. Nein, ich kann noch einen Neustarten. Ja, es kann schon sein, vielleicht habe ich irgendwo einen verhängt. Ist unmöglich. Ich wollte die auch gar nicht anzweifeln. Vielleicht so einen Versteckten, wo man nur da reinkommt, wenn man die Wand fotografiert, weil sie nachher durchsichtig werden oder so. Kann schon sein. Das ist eigentlich... Oh. 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 Hallo? Das ist ein wenig schräg. So. Guten Morgen. Guten Morgen, Dira. Hallo? Ich habe immer noch den Titel drin. Guten Morgen. I see. Guten Morgen. Guten Morgen im Titel. Wenig brauche ich. Oh was? Ich kann nur zwei. Aber das reicht ja hinten und vorne nicht. Ich muss es weiter hin platzieren. Wann es, wenn ich es hier hin tue? Wann es schon nicht mehr? Wann es schon nicht mehr? Nachdenken. Huh? Oh. 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 Oh.